Jo meine sprudeligen Spritzer, willkommen zurück auf meinem Channel, Kroni hier am Start. Erstmal vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen Abonnenten, macht mich über happy, ja, wisst ihr Bescheid, macht mich richtig happy. Im Hintergrund seht ihr auf jeden Fall, wie ich die Keys verteile, von einem 2500 Abos Special sozusagen. 5 Keys habe ich an meine 5 treuesten Abonnenten verteilt, das heißt die, die wo ganz oben stehen, die wo am aktivsten sind, am meisten liken, am meisten teilen. Die haben auf jeden Fall Safecall jeweils einen Key bekommen und die anderen 20 habe ich in der Steam Gruppe verteilt, wo es auch in Zukunft mehrere Giveaways geben wird, so wie auch schon in der Vergangenheit. Auf jeden Fall nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an euch, dass ihr so aktiv seid, dass ihr die Videos anguckt, liked und kommentiert und immer euren Senf dazugebt, das ist auf jeden Fall nice. Ich lese mir jedes einzelne Kommentar durch, tue leider nicht bei jedem Antworten, weil ihr manchmal auch wirklich scheiße schreibt, ja, da fällt mir gar keine Antwort ein, die kleinen Schlawiner, die kleinen Schlingel hier. So, auf jeden Fall ist das jetzt nur ein kurzes Video, heute Abend wird es noch das Clans.de Gewinnspiel geben, wo es wieder 13 bzw. diesmal 14 Skins für euch zu gewinnen gibt. Heute Abend wird es auch richtig, richtig heiß vorhergehen, und soviel soll ich euch schon mal verraten, ihr könnt schon mal eure Handschellen mitnehmen, wenn ihr versteht, die Moni hat sich wieder verkleidet. Und ja, apropos Moni, die Moni und ich, wir werden auch noch streamen, und zwar am Montag, gegen 16 Uhr, wenn wir wieder anfangen zu streamen, dass wir mit euch ein paar Games zocken können. Ich hoffe, ihr seid wieder fleißig mit dabei, habt fleißig Bock Matchmaking zu zocken, der Rang spielt wie immer keine Rolle. Ihr könnt Silber sein, ihr könnt auch Global sein, das ist so ein vollkommen Latte. Die Leute, die den Key gewonnen haben, schreibt bitte in die Kommentare, was ihr aus der Kiste gezogen habt, falls ihr den Key aufmacht, bzw. die Kiste mit dem Key aufmacht. Würde mich natürlich brennt und interessieren, was ihr rausgezogen habt aus den Schlüsseln, die ich euch gegeben habe. Ich habe extra nochmal drauf gespritzt, habe die kompletten Samen von heute gespart, habe morgen nochmal Müsli gegessen und dann ging es drauf da auf die Schlüssel. Also, der ein oder andere Schlüssel ist bestimmt befruchtet und da wird ein Messer drin sein. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und in dem Fall bis Spider-Man! Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare.